Heute mit einer Konzertkritik, und zwar Paganini und noch viel mehr im Stadttheater Gießen. Ich wurde heute schon an der Arbeit vorgewarnt. Einer meiner Kulturlogengäste war am Abend vorher beim Preview-Konzert zu diesem Sinfoniekonzert. Er wollte mich erstmal aus Glatteis führen, aber er kam doch sehr schnell ins Schwärmen. Egal, ob es nun die Moderation von Herrn Andreas Schüller war oder das Klavierstil-Spiel von Wataru Hisazu, er war noch Stunden später vollkommen hin und weg. Daher mein kleiner Tipp. Sie kommen aus Gießen, wollen etwas über klassische Musik lernen und dies so, dass es jeder versteht? Gehen Sie einfach mal in das Preview-Konzert am Tag vor jedem Sinfoniekonzert in Gießen. Wenn Sie eine Karte für das Sinfoniekonzert haben, gehen Sie natürlich dahin. Aber vielleicht sollte man auch mal dem Preview-Konzert eine Chance geben. Ich kenne viele Menschen, die immer wieder zu dem Preview-Konzert gehen wollen und dies dem eigentlichen Sinfoniekonzert mittlerweile vorziehen, weil es doch etwas lockerer ist. Wobei locker, da sind wir dann schon bei der Einführung des letzten Sinfoniekonzertes. Christian Förnsler machte es mal wieder richtig gut. Er brachte diesmal Musikbeispiele zu jedem Stück, welches am heutigen Abend gespielt wurde und erläuterte, worauf man achten sollte. Dies kann man machen und es ist auch eine gute Idee. Nur die Anlage des Stadttheaters, ja, klanglich im Foyer, ist nicht gerade für, wie soll ich sagen, klassische Musik gebaut. Sie kommt klanglich nicht an das Live-Erlebnis ran, aber es lockert das Ganze unwahrscheinlich auf. Und es ist ein toller Ansatz. Christian Förnsler macht seine Sache wirklich gut. Das Einzige, was ich bemängle, ist, dass man ihn nicht so gut versteht, wenn es voll ist. Aber man kann ihm trotzdem sehr gut folgen. Da sind wir dann wieder bei den Problemen mit der Zeit, wenn man ihm aufmerksam zuhört, wobei er wirklich viele Interessantes über die Komponisten und Stücke erzählt, ist die Zeit danach echt knapp, bis zum Konzertbeginn. Es kam mir allerdings heute so vor, als hätte man die Türen ein wenig später geschlossen. Es wurde ein wilder Abend, den ich auch Stunden später noch nicht verdaut habe. Und ich glaube, ich werde morgen noch Paganini auf der Wolke besuchen und ihm von dem Abend erzählen. Das erste war Boris Placher am Start. Er hat 1947 Orchester-Variationen über ein Thema von Niccolo Paganini komponiert. Blacher kannte ich bis heute Abend nicht. Aber das Thema von Paganini kennt wohl jeder. Der Musikmarkt. Was dieser Musiker da gegeben hat, war fantastisch. Ich wäre am liebsten während der kurzen Pause aufgestanden und hätte applaudiert. Diese Musik und das Engagement der Musiker waren unglaublich. Wobei mir schon ein wenig aufgefallen ist, dass die Klarinetten und Flöten heute ihren großen Abend haben. Ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen, wie fein abgestimmt die beiden Instrumente klingen. Ich war schon verliebt. Schon da wurde mir immer klarer, dass diese Kombination zwischen Andreas Schüller und dem philharmonischen Orchester immer besser wird. Von Konzert zu Konzert. Als dein Vatura Hisazu auf die Bühne kam, sollte dieser Abend sogar noch besser werden. Es ist unglaublich, mit wie viel Gefühl der Pianist die Variationen über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester gespielt hat. Diese stammt aus der Feder von Witold Lutoslawski aus dem Jahre 1978. Er hat mit einer solchen Leidenschaft gespielt, dass man von Minute zu Minute mehr spürte, wie sehr er die Musik liebte. Oder lieb. Es war so, als ob er jeden Tag mit diesem Orchester spielen würde. Ich bekomme von diesem Stück vor der Pause noch immer Gänsehaut. Diese Präzision und dieses Gefühl von Vatura Hisazu im Zusammenspiel mit Andreas Schüller und dem Orchester war umwerfend. Ich wäre gerne noch ein wenig sitzen geblieben. Es war, als würde einen die Musik umhüllen. Man hat Vatura Hisazu nicht von der Bühne gehen lassen. Immer wieder wurde er nach vorne geholt, so dass er mal eben eine Zugabe gespielt hat. Ich hatte das Gefühl, in seinem Gesicht sämtliche positiven Gefühle zu sehen. Als er vor der Pause rauskam und dann besagte Zugabe gegeben hat. Ich war letztlich froh, dass ich raus konnte. Ich musste einfach meine Gefühle selbst ordnen. Das klassische Musik, also nur live, nicht über die Anlage, da fehlen mir oft das Gefühl und die Stimmung, in mir was auslöst, kannte ich schon. Aber heute, das war noch einmal eine andere Baustelle. Nach der Pause gab es das Klavierkonzert Nummer 1 in der Stur Opus 10 aus dem Jahre 1911 von Sergei Prokofje. Wie sich Vatura Hisazu da langsam in die Musik gewiegt hat und wie sein Klavierspiel wieder diesen pränzisen und harmonischen Zusammenspiel mit unserem philharmonischen Orchester gezeigt hat und war einfach hervorragend. Ich höre es mir gerade in einer Fassung von den Berliner Philharmonikern an. Und da ist es wieder. Es fehlt dieser besondere Funke, das besondere Zusammenspiel. Ich finde, immer mehr klassische Musik muss man erleben und fühlen und sich darauf einlassen und nicht nur aus der Konserve hören. Vielleicht ist es das, was ich gerade höre, von der musikalischen Qualität her besser. Was fehlt das Besondere? Dieses Miteinander, wenn man Musik erlebt. Vatura Hisazu gab noch eine Zugabe. Stellenweise war er sehr ins Schwitzen geraten, genauso wie Andreas Schiller und sicherlich der ein oder andere Musiker auf der Bühne. Ich habe immer mehr das Gefühl, die Musiker lassen an so einem Abend immer alles auf der Bühne. Ich sehe diesen Pianisten, der sich immer wieder verbeugt und jeder Musiker, der hinter ihm steht, gönnt ihm den Applaus. So sah es zumindest vor meinem Sitzplatz aus. Nun kamen wir zu Kurt Weill und seiner Sinfonie Nummer 2. Kurt Weill kennt man aus der Drei-Kroschen-Oper, welcher am Ende der Weimarer Republik entstand. Kurt Weill ist von Berlin nach Paris und weiter nach Amerika gepflichtet. 1933 hatte eben diese Sinfonie geschrieben. Da war das philharmonische Orchester nochmal alleine gefordert. Und bis auf ein paar Noten, ich glaube von der Posaune, war es wie der Rest des Abends einfach umwerfend. Ja, das wäre mir vielleicht nicht aufgefallen, wenn der Rest des Abends nicht so harmonisch und in meinen Ohren nahezu perfekt gewesen wäre. Dann wären mir diese ein oder zwei Sekunden gar nicht aufgefallen. Es war eine Passage, in der die Posaune einen leichten Schmelz hat. Es war, als wären die Lippen kurz nicht an der richtigen Position gewesen. Und ich habe ganz kurz im Ohr gehabt und ich mache dem Musiker keinen Vorwurf. Bei jedem anderen Konzertabend wäre es mir nicht aufgefallen, aber heute. Dafür muss ich einfach sagen, was das Blech und das Holz, im Besonderen die Klarinette und die Flöte da an Zusammenspiel gezeigt hat, war, wow. Ich bin schockverliebt, dass die Klarinette viel mehr kann wie das, was man im Allgemeinen hört, ist mir schon lange ein Begriff. Aber dieses Spiel, was ich am heutigen Abend bei der Sinfonie gehört habe, war für meine Ohren wie von einem anderen Stern. Was ich in den letzten Sinfonie-Konzerten erlebt habe, oder auch Opern, was das Orchester mit den Sängerinnen da bietet, ist in meinen Augen richtig gut. Andreas Schiller und die Musiker haben es geschafft, was mein Musiklehrer nicht geschafft hat. Ich habe mir Zwölftonmusik angehört und war zwar angetan, aber nicht begeistert. Jetzt habe ich auch noch die Angst vor neuerer klassischer Musik mir genommen. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Konzert. Ich finde, dass die Musiksparte sehr viel richtig macht. Es gibt die Preview-Konzerte, wo viel gelacht und gelernt wird. Opern, auf denen man sich freut und die nicht überall gespielt werden. Was mir in den Vorstellungen, egal ob nun Oper oder Konzert auffällt, ist, dass viele jüngere Menschen im Theater in den Premieren und Konzerten kommen. Es ist vollkommen egal, wie man reingeht. Ich habe dort Menschen mit Turnschuhen gesehen, es gibt Menschen mit Sakko und Krawatte, genauso wie die Jungstudentin, die eine Tasche dabei hat und auch ein Buch liest. Es sind Menschen um die 20 da gewesen, genauso wie die Oma und der Opa mit 80 oder 90. Es ist vollkommen egal. Man genießt zusammen, man lacht zusammen, man staunt zusammen. Egal, was für ein Geschlecht, Nationalität oder Alter man hat, dieses alles, das alles habe ich heute gesehen und wurde mir von den Preview-Konzerten berichtet. Ich glaube, Paganini und die anderen Komponisten freuen sich alle über so einen Zuspruch wie beim zweiten Symphoniekonzert im Stadttheater Gießen im Jahre 2023. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu Das war's für heute. Bis bald bei der literaturlaunch.eu Euer Markus Komponisten